Hey Leute und Willkommen zurück zu Hotmart Dark Rising. Wir sind ja immer noch im Konflikt zu mit diesem Kabel, die ich ganz verletzt mal abgezwungen hatte. Wow, 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 Watsomeka ist das? Ja, das ist ein Kabel, das ist ein Kabel, das ist ein Kabel. 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 Das ist ein Kabel, das ist ein Das ist ein Kabel, das ist ein Kabel. jewel states das ist ein Kabel dann Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das reicht. Gut. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3 Das wird jetzt wieder etwas Kürzelbladern Ich weiß noch, wo wir noch haben Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so richtig verletzen kann. Dann fragen wir doch einmal den Platz zu betanken. Dann fragen wir doch einmal den Platz zu betanken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.